Paladik ist eine ruhige Insel. Wir haben Berge, das Meer und Esel. Wenn ich rechts sage, dann meine ich rechts! Glaubst du, ich lasse mir hier von dir auf der Nase rumtanzen? Der will sein Geld zurück. Benni, Zerayretta aus Deutschland! Ich hasse die Deutschen. Aber Panus, du bist doch selber ein Deutscher. Ich bin geschickt worden, um das Elektrizitätswerk und den Strand zu überprüfen. Als Grieche würde ich sagen, ihr traut uns nicht. Ihr schnüffelt herum. Kein Problem. Das war nur die Steuererklärung von meinem Cousin. Kannst du uns den deutschen Spion noch ein paar Tage von dir fernhalten? Es muss perfekt sein, wenn der Deutsche kommt. Achtung! Hast du da eine elektrische Sitzel? Der Strand braucht noch eine kleine Schönheits-OP. Wobei es zu Widerstand in der Bevölkerung kommen könnte. Welche Frauen machen dich glücklich? Meine Arbeit macht mich glücklich. Ich fahre aus Prinzip kein Motorrad. Motorrad oder Esel? Das wird dir schmecken. Guten Appetit. Das Auge schmeckt besonders lecker. Was ist mein Freund? Ich mag dich. Everybody say, Feta! Hast du keinen Dübel? Dübel ist was für Deutschland. Griechen nagelt. Ella! Ach, schau's drauf. Es wird Zeit. Beginnen wir mit Phase 2. Willkommen in der Brandwüste. Die Welt da draußen hängt an einem seidenen Faden. Hinter dieser ...